Was geht, Leute? Euer BrawlBro ist wieder back am Start mit einem neuen Brawl Stars Video auf diesem Kanal. Was geht, man? Ey, lange ist es her, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ähm, oha, Zombie-Raub, was ist das denn? Lol, testen wir auch gleich mal. Neue Modi sind am Start. Äh, Hyperladung zufällig? Huch. Gönnung, Bro, Gönnung. Let's go. Und für Jackie. Nice, hab ich auch noch nicht auf Stufe 11. Ich hab auf jeden Fall gezockt gehabt, äh, bei dem, bei dem, äh, Spongebob-Event. Bei dem wilden, wildesten Event seit langer Zeit mit, mit auch der wildesten Koop. Ich hab mir, äh, Thaddeus erspielt. Ich hab diesen, wie heißt der? Warte, Mr. Krabs Tick war das? Wo ist der, Bro? Tick, 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 tick. Oh, nein. Oh, nein. Sonst, Leute, ich hab auch extra einen neuen YouTube-Kanal aufgemacht. Dennis Bro Squadbusters. Wenn ihr Squadbusters spielt, das Spiel zocke ich jeden Tag. Seit Monaten. Ähm, seit einem halben Jahr schon. Und ich dachte mir, es wird höchste Zeit, euch dort auch mitzunehmen. Auf meiner Daily Gaming-Tour. Ähm, wir gehen auch mal rein, Bro. Ich find, der sieht so cool aus, Alter. Wirklich so cool. Aber, war das, war das, Thaddeus, war das für, für Piper? Taddeus, welcher, welcher Brawler, Bro? Für wen war der Skin gerade? Ich weiß es gerade nicht mal. Alles klar, für Brook? Ich hab keine Ahnung, wer Taddeus, wer den Taddeus-Skin hat. Nein. Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Wir gehen erstmal hier rein. Komm, Zombie-Roll. Wir testen mal, was hier abgeht. Wir testen mal. Ich zocke auch nicht lange. Ich bin gespannt, wie ihr am Start seid. Ähm, gönnt euch auf jeden Fall auch meinen neuen Song. Safe & Sound, der auch vor zwei Wochen rauskam. Dann ist Bro auf allen Musikplattformen. Der Song ist ein absoluter Hit, Leute. Vertraut mir. Also, ich muss hier irgendeinen Zombie-Kopf sneaken, oder was, Bro? Gar keine Ahnung. Wir finden es jetzt heraus hier. Was macht mein Mate? Deine Mike. Das ist so wie Capture the Flag-mäßig. Wir müssen den Zombie-Kopf holen von denen und bei uns reinbekommen. Ich glaub schon, ne? Learning by doing. Boah, was hat der denn gerade die Faktion gemacht, Bro? Was ist denn das für ein Brawler, Bruder? Ninja einfach. Okay, ne. Ja, es ist Capture the Flag. Es ist einfach Capture the Flag. Ja, mit dem ersten Punkt. Oh. Was geht jetzt ab, Bro? Ach so, er hat mich mitgenommen. Ich dachte gerade, irgendwas wegen des Tores wäre das jetzt hier so gewesen. Komm, ich schnapp mir jetzt einmal den Kopf, Bro. Kann ich währenddessen schießen? Ja, kann ich, aber es sieht gar nicht gut aus für mich hier. Verloren. Das war's, Alter. Geguckt. Geguckt, Bro. Geguckt. Ähm. Ja, Leute. Neues Squadbusters-Video ist jetzt gerade auch online gegangen. Auf dem neuen Kanal. Checkt das unbedingt gerne ab. Kann nicht sein. Bro, ist das für mich zurück. Bro, ist das für mich zurück, Bro. Ja, alles klar, Bro. Ach so, ich dachte, ich ziehe den direkt neuen Brawler. Das ist einfach Skin. Aber cool, Bro, wie das hier aussieht. Na, Skin, Detektiv Grey. Stabil? Nice. Wild, Leute. Wir sehen uns. Checkt unbedingt das Squadbusters-Video ab, wenn ihr Squadbusters zockt. Ich hab richtig Bock. Und, äh, haut rein. Bis morgen.